Ich glaube, Pornos haben einen Einfluss auf die eigene Sexualität. Wenn man vielleicht junge Männer anguckt, die haben ja oft so vier bis sechs Jahre Pornos geschaut, laut Untersuchungen, bevor sie überhaupt Sex haben mit einem realen Menschen. Und da guckt man sich was ab. Auch wenn man weiß, es geht vielleicht nicht immer nur so, wie man es da sieht, wie stellt man das dann ab? Also da spielt sich was ein, was man dann nachahmt, unbewusst oft. Auch für ältere Männer hat dieser Pornokonsum was zu sagen, weil viele Männer, nachdem ihr Lusthormon Testosteron so fällt, ab einem gewissen Alter, so um die 50, wackelt manchmal die Erektion und dann wird versucht, über noch intensivere Reize, über Pornoschauen oft am Computer, alles doch noch zum Stehen zu bringen. Und ja, viel Anspannung, viel Druck löst oft das Gegenteil aus. Also es ist mit Vorsicht zu genießen, würde ich es so ausdrücken.